Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Mittelerde Mordor Schatten. Wir sind noch immer auf der Jagd nach einem weiteren Häuptling und dazu müssen wir uns erstmal hier auf dem Weg dorthin begeben. Problem ist, ich hätte jetzt hier rechts gekonnt, aber da war gerade ein Karagor im Weg, den wollte ich umgehend über den Weg laufen, deswegen gehen wir einfach mal hier rum. Und dann müssten wir da hinten gleich irgendwo unser Missionsziel haben. Und das ist natürlich noch ein Karagor, das finde ich uncool. Hat er uns entdeckt? Ne, hat er nicht. Der gehört schon zu uns. Okay, wir schleichen natürlich weiter. Wir gehen einfach mal hier hoch. Und schleichen einfach mal hier weiter. Oh, wer ist das denn? Das ist ja einer von den Bösen. Das ist ja einer von den Bösen. Ach du Heiler. Okay, gut, dann holen wir uns den mal. Ich weiß, der ist immun gegen Schleichen, deswegen schleiche ich jetzt auch gerade nicht. Beziehungsweise schleiche ich schon. Na komm schon. Ach, scheiße, den kann ich so nicht packen. So, warte. Jetzt müssen wir uns die erstmal holen. So, den weg. Den weg. Den weg. Den weg. Haben wir noch mehr? Nee, sonst sind hier keine mehr. Nein, du flüchtest nicht. Wir sehen uns wieder und ich werde mich rächen. Nein, das fluchst du auch nicht. Komm hier. Hier bleib. Bleibst du hier. Du gehörst mir und niemand sonst. So, wir wollen Informationen sammeln, denn ich habe gesehen, dass wir hier noch zwei Leute haben, die wir noch nicht entdeckt haben. Wie heißt der Schaka, der Donnerer, will raus aus diesem feuchten, giftigen Loch und zurück in die Asche-Ebene. Wir geben ihn frei, denn der gehört jetzt uns. Da war es ein Zufall. Haben wir einfach mal noch so einen gefunden. Soll mir recht sein. Einfach mal drauf zugelaufen und da hat er uns. Zwei Kreaturen zum Aufschlitzen. Beziehungsweise haben wir ihn. Den Gabandler und seinen Karagor. So, und wir müssen jetzt nach da oben hin. Denn wir wollen ja den nächsten Häuptling für unsere Seite gewinnen. Was haben wir denn da? Äh, wieso mache ich das jetzt? Ich weiß nicht. Äh, du hast einen Leibwächter befohlen, seinen Herrn zu ermorden. Wenn er Erfolg hat, erlangt, er macht und wird zum Häuptling befördert. Stelle sicher, dass der von dir gebrannt mag, der Hauptmann, den Sieg davonträgt. Meine Wache, was willst du von mir? Was ist dein Begehr? Du hast uns verraten. Wenn du tot bist, bin ich der Anführer. Okay, das ist also Kuga Luga, der, 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 keine Ahnung, was der war. Ich weiß es nicht mehr. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir ihm da ein bisschen mithelfen können. Du, Made! Du willst mich? Du kriegst mehr, als du gewollt hast. So, sehr schön. Das haben wir auch schon mal erwischt. Oder hinbekommen. Und Ach, den können wir gar nicht einnehmen. Okay, dann schlachtet ihn bitte. Mach dir nochmal platt da. Ihr dürft auch gerne draufbauen, meine Freunde. Jawoll, da hat er ihn platt gemacht. Und wieder ein Häuptling, der vernichtet wurde und unser Häuptling nimmt den Platz ein. Das nächste Mal fangen wir ihn. Ich bin jetzt Häuptling. Tut, was ich sage. Dann wird sich die Lage hier auch verbessern. Sehr schön. Sabalippe ist der neue Häuptling. Sehr schön. Hier ist auch nochmal Bane unterwegs. Hatte ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt, dass der die Maske von Bane anhat. Er ist dumm genug, ein Uruk zu greifen. Er ist dumm genug, um in die Quere zu kommen. Der sieht wirklich so ein bisschen aus wie Bane von Batman, äh, Dark Knight Rises. So, und jetzt müssen wir erstmal gucken, wo gehen wir denn als nächstes hin? Haben wir noch irgendwo irgendwelche Leute, die wir für uns einnehmen können? Wir können ja da mal gucken. Der hat gar keinen mehr. Das ist ja super. Und den wollte ich dann noch haben. Den haben wir nämlich noch nicht. Holen wir uns den auch mal ran. So, was hatte der... Ne, warte mal. Was hatte der für Stärken und Schwächen? Durch Kampftodesstöße erleidet er Schaden, ist von einer Gruppe umgeben. Okay. So, dann gehen wir ihn mal suchen. Dass wir dann vielleicht den nächsten Häuptling auch angehen können. Wir sollten alle unsere eigenen Ringe besitzen. So, bevor die sich wieder umdrehen und dann in den Kampf eingreifen, mache ich die lieber weg. Ach du Scheiße, das sehe ich ja jetzt. Ist der hier in der gegnerischen Basis? Das wäre jetzt total uncool, wenn der da in der gegnerischen Basis ist. Weil dann müssen wir da irgendwie den... Irgendwie uns an den Rand schleichen. Und dürfen uns nicht entdecken lassen. So, Moment. Ich würde sagen, wir schießen die da erstmal ab. So, die zwei haben wir. Dann gucken wir mal eben, ob wir ihn schon sehen können. Bisher noch nicht. Da haben wir doch einen, oder? Das ist sogar der, den wir suchen. Das ist jetzt aber echt unmünstig, dass das hier wieder mitten in der Basis drin ist. Warte mal. Das müssen wir jetzt sehr schlau hier angehen. Diese Situation. Schließlich wollen wir ja auch nicht den Alarm auslösen. Hallo? Wieso geht der denn da nicht hoch? Kannst du mich verarschen? Ach, hier geht er hoch. Ist ja Sender zu, ey. So, einmal hier hoch. Da ist ein Sklave unterwegs. Ich glaube, wir gehen mal hier runter. Dann hier auf der Seite wieder hoch. Da oben ist einer. Hallo, mein Freund. So, der ist hinüber. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir da unten hin, ohne dass die... Ach, du Scheiße. Okay, ich weiß wie. Ey, du sollst da runter. So, komm. Wir müssen hier die erstmal alle loswerden. So, der ist schon mal weg. So. Der ist auch weg. So, und jetzt komm, lass dich schnappen da. Genau, dich will ich. Komm schon. Jawohl, er gehört uns. Das war sehr gut gemacht. Informationen sammeln. Ähm, wir wollen von ihm die Informationen haben. Der sieht ja hübsch aus. Gore, Gorefell, der Messerstecher, bringt es immer zu Ende, wenn er einen Feind niederstreckt. Und freigeben. So, und jetzt sollten wir uns definitiv hier auf den Weg machen. Was? Was zur Hölle ist denn hier los? Moment, ich muss hier wieder raus. Wir haben auf jeden Fall wieder einen für unsere Zwecke eingenommen. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir hier aus der Basis wieder hinaus kommen. Haben wir ja aber nochmal Glück gehabt, dass wir den so schnell einnehmen konnten. Aber der hat doch ordentlich Schaden ein. Ordentlich Schaden eingesteckt. So, hier einmal runter. Und dann nichts wie weg hier. So, das haben wir so weit hingekriegt. Jetzt können wir uns eigentlich hier oben mal verstecken. Das sieht ganz gut aus. So, wo geht es für uns als nächstes hin? Wir haben auf jeden Fall da den nächsten eingenommen. Ähm, ich bin gerade am überlegen, ob wir das hier mal machen sollten. So zwischendurch mal zwischen den ganzen Häuptlingen. Ich glaube, dann machen wir. Wir wählen das einfach mal an. Machen wir es dann auf den Weg da hinten. Und dann gucken wir mal eben, was das hier für ein Teil ist. Obwohl, das war glaube ich irgendwie was mit Brandpfeilen, ne? Mussten wir da glaube ich irgendwas machen. Jetzt haben wir natürlich fürs Schleichen und für, ähm, und für die normalen Kämpfe keine, äh, keine Special, kein Special mehr, weil wir beide verbraucht haben jetzt. Aber ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Es war auch gerade ein bisschen ungünstig, dass wir den, dass wir den Typen da, äh, angegriffen haben. Aber nun gut, kann man nichts machen. Jetzt ist der Grauk natürlich hinter uns her, oder der Karakor. Komm schon! Jawoll! Sehr schön. Wir haben ihn. Ausgetrickst. So, ist der Karakor schon mal unsers? Und tut uns nix mehr, das ist mal ganz gut. Puh! Der Grabwandler kann unmöglich den Hammer getötet haben. Sah wieder Hammer aus, aber ich glaube es nicht. Nichts kann den Hammer ein. Und da haben wir, sind wir auch schon direkt bei der nächsten Mission, finde ich gut. Es läuft ja im Moment wie am Schnürchen. Wir schließen eine Mission nach der anderen ab. Und ich finde es sehr, sehr gut. So, was sollen wir denn jetzt hier genau tun? Der Geist der Flammen. Es war nicht genug, die Diener des dunklen Herrschers dicklich zu töten. Er ließ sie von den Flammen verschlingen. Der Tag ist so gut. Bitte was? Bitte was? Okay, wir sollen fünf U-Wuchs mit Brandpfeilen töten. Das ist okay. Von mir aus wird das. So, machen wir es mal so. Okay, jetzt ist an und jetzt müssten wir die doch... Töten wir die jetzt mit Brandpfeilen oder nicht? Nee, irgendwie nicht. Wieso, wieso, wieso... Wie, wie, wie mache ich das denn jetzt? Hä? Habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden, wie wir das hinbekommen. Ich glaube, das müssen wir nochmal machen. So, ja, super. Triff dich doch einfach mal. Ja, triff mich doch noch am besten noch ein zweites Mal. So, jetzt können wir... Können wir Brandpfeilen? Ah, so funktioniert das. Dann bin ich natürlich wieder ein bisschen schlauer. So, neuer Brandpfeil. Sehr schön. Oha. Und neuer Brandpfeil. Komm schon. Wieder einer mit Brandpfeilen. Welche Chaucer? Ah, ich habe keinen Brandpfeil gerade. Komm schon. Brandpfeil. Oh, diese blöden... Diese blöden Bogenschütze oder Pfeilwerfer oder was das da auch immer ist. Die gehen mir ein bisschen am Sack. Oh, neuer Brandpfeil. Oh, neuer Brandpfeil. Oh, neuer Brandpfeil. Oh, neuer Brandpfeil. Ist er tot? Ne, er ist nicht tot. Jetzt ist er gestorben. Sehr schön. Oh, was war das denn für ein erster Sprung, ne? Wir haben die Mission auf jeden Fall geschafft. Und damit müsste auch die Burgenlegende komplett abgeschlossen sein. Narvil fertigte... Na... Narvi... Mein Gott. Narvi fertigte mich für den Ringschmied als Lohn für seine treuen Dienste. Sollten seine Pfeile stets ihr Ziele treffen. Okay. Auch der Bogen ist damit abgeschlossen. Atzka. Eine vollendete Reise. Seine Stärke ist auf dem Höhepunkt. Okay, sie sind auf jeden Fall geflohen. Das ist schon mal ganz gut. Können wir uns hier nämlich noch das Kräuterchen holen, um uns auch wieder zu heilen. Das ist doch hervorragend. Damit haben wir auch diese Legende abgeschlossen. Und wir sollten vielleicht mal gucken, um wen wir uns als nächstes kümmern. Welchen Häuptling gehen wir denn als nächstes mal an? Wo war der? Der ist da unten gewesen, ne? Wo ist der? Der ist auch da unten gewesen. Hm. Scheiße, müssen wir echt in die Basis nochmal zurück. Das ist aber mehr als ungünstig. Ach, der ist auch da in der Basis. Okay. Komm, wir wählen ihn mal aus und versuchen das mal mit ihm. Gucken, ob wir ihn da irgendwie bekommen, dass der dann zum neuen Häuptling wird. Dazu müssen wir uns erst wieder da in die Basis machen. Nein, du sollst... Ach, Mann. Blöd, Mann. So, hier einmal schnell dran vorbei. Den können wir eben meucheln. Können wir nicht meucheln. Garfell. Okay, er leidet Schaden durch Kampftode stöße. Das ist ja super. Dann können wir den ja eigentlich... Au! Was zur Hölle? Du Madre! Bereit wie eine faule Frucht von mir zerquetscht zu werden? Du Schrak! Leck mich am Arsch! So, jetzt haben wir ihn. Jawohl. Befehl. Befehligen. Auf jeden Fall wollen wir den befähigen. Denn wir wollen ja schließlich auch... Warte mal. Das war der, ne? Wir wollen den infiltrieren. Okay. Wir haben jetzt da eine Infiltration gestartet. Und vielleicht kriegen wir dann ja den Hauptmann weg. Das ist schon mal gut. Das war auch wieder ein Zufall. Ich glaube, ich hasse jeden Einzelnen von euch Maden. Da bist du nicht der Einzige. Das war auch wieder ein ganz netter Zufall, dass wir den, ähm, so gefunden haben. Einfach mal so. Äh, ist er uns über den Weg gelaufen. Finde ich gut. Wir werden uns nochmal ein Kräuterchen holen, damit wir wieder voll geheilt sind. So, und jetzt müssen wir mal gucken, ist hier nicht auch noch irgendwo ein Turm in der Nähe? Tatsächlich, da ist sogar ein Turm. Da gehen wir einfach mal drauf zu. Und dann ist auch dieser Part schon wieder beendet, liebe Freunde. Das geht ja im Moment rasend schnell mit den Parts. Ich hoffe natürlich, wie immer, dass ihr bis hierhin Spaß hattet. Und schaltet doch einfach in zwei Tagen zum nächsten Part. Von Mittelerde, Mordor's Schatten, wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute. Mein Name ist Crazy Bane und ich bin für heute raus. Ciao.